Bei schwachem, typischem Wind, das werden aber heute bis zu maximal 15 Grad werden. Oberhalb von den 10 Grad müssen wir spontan beginnen. Dazu im großen Insular ein bisschen Sonne. Also vom Lentland, bis man bis zum Böttinger, dann kann man sich das auch noch rauskriegen. Und eben auch, dass wir jetzt nicht so gut sind. Aber für eine Weltkultur hat es ja so. Das ist ganz gut, nur so. Ja, das ist vielleicht ein bisschen anders. Und jetzt ist es nicht der Baum, noch stattdessen. Und das gute Städte, bitte. Und morgen werden wir nicht mehr mit dem Tiefausläufer zu tun haben. Und am Abend ist hoch und kommen dann...